Drei Plaps. Drei Länder in drei Wochen. Willkommen zu Drei Plaps vs. Skandinavien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Kinder, jetzt habe ich schon länger nicht mehr gefilmt, weil wir sind jetzt gestern schon Schweden angekommen, hat jetzt schon unseren ersten Spot, bloß da mussten wir echt schauen, weil wir mussten so drei, vier Kilometer sowas, da macht die Musik ein bisschen leiser, damit man mich auch wirklich hört, mussten so drei, vier Kilometer sowas nämlich durch unseren Spot laufen und das ist das erste Mal nicht viel, aber so für die erste Strecke, vor allem mit dem ganzen Gepäck, dem Buseisen und Co. war das dann doch schon einiges zu schleppen und da habe ich mir die GoPro erspart, genau, also wir haben gestern halt dann ein bisschen über das Handy, beziehungsweise ich halt über das Handy gefilmt und ja, muss ich dann halt schauen, dass ich das dann im Gesamten irgendwie zusammenschneide, weil ich dann zwischendrin, ja, sind halt mal ein paar Handypassagen dabei, aber war eh so, naja, jedenfalls hier sind wir gerade, wie heißt der noch mal, am Wetter, glaube ich, ja toll, jetzt genau wo ich rüber filmen, ist der sehe nicht da, nee, schön, ja, auf jeden Fall, ja, heute nicht so das beste Wetter, deswegen geht es heute auch zum Spot mit der überdachten Wind, also nicht, ja gut, überdacht sind sie alle, aber eine, wo die Feuerstelle überdacht ist, genau, hier sind wir die Wetter, ja. Genau, würde ich mich mal noch melden, wenn wir da sind und bis dahin zeige ich euch mal ein bisschen was für eine Strecke hier, weil, das ist echt schön, würde ich mal behaupten, Jo! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da stehen auch schon die Jungs Freshman's Friends schon am Angeln Daniel kümmert sich um den Kasten, den er kühlen will Ich komm hier mit ihnen an Können wir hier mal kurz durch? Ja, das ist wahrscheinlich Ja, schau mal, schon fleißig am Angeln Ruhig! Der See ist etwas unruhig hier, nicht? Naja So, wir haben jetzt hier auch noch ganz nice einen Spot gefunden Ein paar andere Leute getroffen Natürlich viele Deutsche Was sonst? Ja, hier in der Steilküste Wieder am Wettern Ja, ist schon wirklich nice hier So, es wäre nämlich schon wieder so, wieder im Auto Ja, diesmal geht es weiter Richtung Norden Heute mal eine recht lange Strecke Heute fahren wir wieder knapp drei Stunden mit dem Auto über Landstraße Weil wir keine Maut zahlen wollen Das sieht dementsprechend hier aus Also ist schon Ja, schön ländlich Schön ruhig Ja Angenehme Strecke auf jeden Fall zu fahren Genau Ja, Fischer gab es bisher leider nicht Hatten wir nicht wirklich Glück Aber, mei Das kommt schon noch Aber jetzt fahren wir erstmal Das dann hier Ja, zwischendurch kann es ja auch immer so aussehen, ne? Einmal bist du hier Oh, ne, schön Geile Weko auf jeden Fall, ne? Ich glaube, Daniel gefällt es gar nicht Ja, das geht Ja, darauf musst du sich ja deine Meister in Schweden Dass man doch mal so lang knallt Also tatsächlich Schweden ist kein Vorteil, wenn da der Karre tief ist Äh, äh Das ist ein feller Nachteil, du Moin Na, hast du schon mal einen Deutschen gesehen, hä? Glaub nicht Ja, das ist ein feller Nachteil, du Ja, das ist ein feller Nachteil, du Ja, das ist ein feller Nachteil, du Ja Ja, habt ihr Hunger? Weil genau hier ist ein Mackie Ja Gut, fahr mal raus Was? Was? Ich versteh dich nicht Er will wie ein Blasen springen Was soll er machen, mir ist das egal, hauptsache ich sehe es nicht Ja, das ist ein feller Nachteil Ja, das ist ein feller Nachteil Oh, was ist das? Hast du die passende Brücke gesehen, die mit dem mächtig festen Arsch und den zwei Kindern? Ne Die Kinder heute Abend Ja Ne, hab ich nicht, ich hab nämlich gerade gefilmt Ah, hoplalol, ich filme immer noch Ja, wo geht es in Schweden natürlich auch sonst her gehen, außer zum Mackie, ne Aber jetzt gibt es ein bisschen andere Angebote, deswegen So Wir sind jetzt zu unserem dritten Spot angekommen Das ist doch etwas spät geworden, was ich gefilmt habe Aber so zumindest noch gerade, so während es hell ist Wir sind gerade am kochen Wir machen uns Gnocchi Mit Tomaten Knoblauch paar Kräutern Genau, da ist schon die erste Portion drin Das wird dann alles noch gemeinsam angebraten Aber in den Topf hier passt da leider nur eine Portion Ja So So schaut's hier aus Ja Und das ist auch der erste Spot, wo wir gesagt haben, wo wir wahrscheinlich noch Zwei Tage chillen werden, also morgen noch Dann wird's morgen auf jeden Fall nochmal Content geben Wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr sieht Aber so gab's zumindest von heute auch noch was Ja So So So